Ahaha! Das ist nicht! Ich mach mal mittelfiele Runden erstmal, oder? Okay. Jetzt könnt ihr hier, jetzt könnt ihr hier was reinschreiben. Zum Beispiel... Das soll jetzt was reinschreiben? Ja, jetzt schreibst du dann deine Situation rein. So, ich hab jetzt zum Beispiel meins reingeschrieben. Oh, ist zu Ende. Okay, alles klar. Ey, wer hat meinen Satz genommen? Digga, also ich fühl, was ich hier male, Digga. Ich hab's auch sehr gut hinbekommen. Ich hab's sehr gut hinbekommen. Okay, jetzt kommt halt... Jetzt müsst ihr halt erraten und jetzt werden alle sagen, what the f*** ist das? Aber magst du mal wieder rumkrakehren? Ich seh's schon. Was? Keine Ahnung, Digga, was das hier sein soll. Ich kann's nur erraten. Das hab ich nicht. What the f***? Wie soll ich das denn machen, hä? Also das hier wird ja niemals jemand erraten. Das sieht einfach aus wie, als würden zwei Kinder gehen. Digga, das ist... Keine Ahnung, Alter. Ach, Digga. Ey, seid alle schon fertig? Ne, das ist halt... Ja, die Zeit läuft halt ab, ne? Muss halt da hinschalten. Wie lange? Wo ist die Zeit denn? Oben! Ich hab's nicht geschrieben. Ich hab's nicht geschrieben. Ich hab's nicht geschrieben. Ich mach Vorlesen an und jetzt wird's lustig, okay? Romathas Mutter kommt durch die Türe. Ach, du Sch***er. Ja, ist gut, ist gut. Wie land die Türe? Wie land die Türe? Wie land die Türe? Digga, was war das? Junge, wie gut? Crimex Lost leer. Was? Warum? Das ist ein cooles Game. Ich versteh den Reiz. Ich hau Chef aufs Maul. Ach, Digga, weeps. Weeps. Ach, Junge. Das war die erste Runde. Das war die erste Runde. Oh, Max, sehr gut. Komm, es ist schon gut, oder? Supergeil. Max zieht kein Pikachu. Oh, ich bin gespannt. Guck mal, gut gezeichnet, oder? Das hast du nicht. Wieso sind meine Zeichnungen von einem Dumm? Weil du dumm bist, Digga. Das ist wie von einem Zehnjährigen. Wie hältst du die Maus? Du drückst richtig die Maus zusammen. Du zerquetscht sie so richtig in deiner Golem-Faust. Ich bin ganz froh. Was ist der linke Arm? Kein Schein wie Glorat. Glorat. Nicht schlecht. Hanky malt genauso geil. Guck mal. Hanky, Alter. Wir haben einen Stil, Junge. Chef-Strobel im Beine. Sehr gut, Sie. Wie glücklich, ey. Die Junge ist eine dumme Katze. Chef-Strobel fährt im Beine. Max geht KO gegen Miki. Okay, Max geht KO gegen Miki. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Das ist stark, oder? Ja, gut. Ja? Ja? Oh! Auf Perspektive? Sehen wir uns in noch einer Runde? Ja, safe, oder? Ja, ja, safe. Ähm, wie viel Zeit? Nein, mach mal nochmal neu. Ich habe keine Zeit. Wieso ist die Zeit denn so schnell? Ich habe nichts. Abbruch, Abbruch. Abbruch, Abbruch. Was? Ich hatte auch nichts. Bist du lost? Lass doch vorher uns das überlegen, wo das Geld rein geht. Keine Kreativität gerade. Was? Das ist so dumm, was ich hier malen muss. Ah, Digga, ich glaube, ich habe es kurz hinbekommen. Ich glaube, man könnte es erraten. Ich habe es gerockt. Hä? Was? Wer ist das denn? Boah, Digga, ich glaube, ich habe es sogar erraten. Nein! Was? Das ist kein Satz. Da hat irgendeiner richtig reingechokt. Digga, man kann es so gut erkennen, oder Chad? Ja, Digga, das ist Killer geworden. Man weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Man weiß absolut, wer gemeint ist. Kappa und Trimax haben ein Date. Wer hat das? Ich habe das gemacht. Ja, Kappa ist jetzt... Also... Weiß ich jetzt nicht. Was hat Max geschrieben? Trimax Date mit Ditto. Thank you! Thank you! Oh! Start! Strong, strong! Geil, Digga! Gut, Big Spin, gut! Geil! Big Spin tritt auf der Rollertour in ***. Max, schau es dir an, bitte. Guck es dir an. Ist es nicht geil? Ist es nicht wirklich Big Spin? Was ist es so gezeichnet? Digga! Ist es einfach Big Spin, oder? Und jetzt guckt mich an! Guck, wie muss ich jetzt mal? Guck! Moin! 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 Wieso werde ich immer nur eckig gezeichnet? Was soll das? Trimax ist nicht süchtig. Wie soll man das zeichnen? Guck, ich hab mal hart gemacht und nein gegen den einarmigen Banditen. Okay. Romatra für den Spielspiel doofen Quotamonkarten. Geil. Warum denn Romatra? Ich hab den Ultra eigentlich nicht gemalt. Nein! Romatra baut eine total dumme Rakete. Die Marmen. Die Marmen wieder da hinten. Immer die Marmen im Hintergrund. Romatra DEM Raketenwissenschaftler. Und jetzt macht euch bereit, ihr habt noch nie so ein Geigezeit in Romatra gesehen. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Was? Leer? Das ist doch Romatra! Doch! Jetzt kommt Trimax! Gibt die sonst noch? Nja! Sprachfehler! Nja! Er kennt doch Romatra sofort, oder? Nja! Sind jetzt alle drin! Er ist drin! Sehr gut! Sehr gut! Geht los! Mit 10 Leuten jetzt! Romatra, geh gleich live, dann geb ich dir Rage! Romatra sitzt noch im Auto! Digga, ich habe so geil abgeliefert, glaube ich! Basically, ich bin fertig, Chat! Das ist einfach nur Killer geworden! Das ist einfach nur super! Los jetzt mal! Wer ist hier der Letzte? Wenigstens ehrlich sein, wer ist es? Was? Was? Was ist das denn? Was? 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 Was ist das für eine Sch... Hä? Keine Ahnung, Digga! Ich weiß nicht mehr, wer das hier sein soll! Check's nicht! Mach Shishow! Wie löscht man? Kann man irgendwie alles auf einmal löschen? Das ist... Das ist... Ungewordene Fahrt! Die ist da her! Wer räumt da gerade die Gitarre um in der Grunde? So, Digga! Was? Wie ist das denn? Erster! Egal, erster! Ich weiß gar nicht, was das ist! Ich weiß gar nicht, was das ist, alter! Wer mahlt denn jetzt... Wer hält denn jetzt das Maul? Wer mahlt denn?! Wer mahlt denn hier noch? Wer mahlt denn hier noch? Wer mahlt denn hier malen? Wer mahlt denn hier noch? Okay, ey, ey, Leute! Wer mahlt denn noch malen? Wer mahlt denn noch malen! Wer darf noch malen? Puh! Ach du malen! Oh, ich war jetzt nicht den Letzten, oder was? Fertig! Wartet mal ruhig ab! Dann wartet mal ab, was mir vorgegeben wurde! Was hast du für die nervige Stimme! Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Genau, wer zuletzt kackt, kackt am besten. Aber ihr dürft am Ende aber nicht bei meinen Bilder lachen, okay? Natürlich. Ich bin fertig. Was? 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 Ich war der Erste. Wer soll denn das sein? Was? Was, 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 was? Digga, das ist ja so weird hier. Das ist so ein big weird. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsvater. Okay, drei, zwei, eins. Romatra fängt seine Mom mit einem Pokéball. Nein! Viel zu kompliziert. Nein, warum? Nein, richtig gut. Oh mein Gott. Gut gemalt, Nova, krass. Wieland fängt Blondes E-Girl mit Pokéball. Stopp. Wieland fängt Blondes E-Girl mit Pokéball. Yeah! 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 Oh mein Gott! Romatra gut, oder? Pass auf! Romatra fängt seine Mutter mit einem Pokéball. Hey! Hey, die Comeback! He's strong! Leiser! Die Tür! Die Tür! Oh mein Gott, nein! Romatras Mom wirft Romatra mit einem Pokéball ab. Oh, Mann! Oh, Mann! Wie kann man so blöd sein, Digga! Ja, das sieht doch so aus, als würde der Ball auf mich gewonnen werden! Nein, überhaupt! Nein! Nein! Deine Marvin in den Pokéball rein! Schlaf, schlaf, schlaf! Papi gibt Chef eine Helmbombe. Eine Helmbombe? Muskulöser, man schmeißt Bombe auf Pappen. Was? Ja! Was? Nur mal los! Sehr gut! Wie soll ich das zeichnen? Ich weiß nicht, du scheiße! Tromax auf dem Kindergeburtstag! Oh, Mann! Ich muss jetzt mal los! Was? 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 GERNCHLIGER Monalisa Also der Stern ist ein bisschen verwirrend so. Sein einzig einen Autos zugeschwollen. Boah! In der Kanal! Unter bei SternTV! Ja, Digga! So gut! HANKY kassiert Helmbombe. Was? Digga, was? HANKY verteilt Helmbomben. Uh, uh, was?! Das Ding ist... Bixspin hat's gerettet. Bixspin hat's einfach gerettet. Ja, ich hab's dann verkackt. Ja, aber das kommt doch nochmal, oder? Bist du dumm? Der Schläger und der Sniper, du Psychopath. Squad Stream. Ja, Digger, da wusstet ihr, was soll ich da machen? Witching-Schnitt einfach... Das sah für mich aus wie seine Follow-Liste. Das sah für mich aus wie die Follow-Liste, nicht Squad-Stream. Das ist das langweiligste GIF von allen. Ja, das ist das langweiligste GIF von allen. Ja, natürlich, natürlich. Twitsch. Digger, dann zeig dir, was hat Max denn gemacht? Guck dir das mal an. Das ist der mit dem braunen Ansatz in den Haaren. Weißt du nicht, wie hinten das Haar raus? Da ist ein Platz frei. Ich fand das gut. Romatra fotografiert Zuschauer auf der Rollertour. Die Mutter, immer bei Romatra. Die Mom mit der Tür. Immer die Mom mit der Tür. Monta auf Malte bei der Rollertour. Hä? Montana Black macht auf einem Scooter Fotos von Kylo. Genau, wo? Ich hab's gar nicht mal, ich hab's leider noch nicht mal. Hä? Die Kichchen-Karri! Das war... Kylo! 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 Veland guckt sich süße E-Girls auf Erwachsenen-Seiten an. Was ist so? Was hab ich mit den Girls zu tun? Was hab ich mit den Girls zu tun? Hä? Hä? Hä, Kevin? Romatra spielt Super Mario. Ja, was ist das? Ja, was sieht das aus? Schaut auf das Artwork bitte. Ey, Junge, du bist kalt! Ey, 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 du bist kalt! Was? Nein! Bist du dumm, das ist ne Karte! Angela Merkel macht Shisha-Ball-Out! Stark, stark! Merkel macht Shisha-Ball-Out! Ja! Stark! Stark, 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 stark! Oh, Regi! Lülle! Der ja stark! Aber was ist denn Regi denn einfach, Mann? Was? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, da wurde es dann halt komisch. Merkel beobachtet skeptisch der Shisha-Ball-Out! Jede Erwachsenen-Anki! Jetzt kommt der Anki! Jetzt kommt der Anki! Jetzt kommt der Anki! Jetzt kommt der Anki! Da kommt ein bisschen Hosenstall auf dem Anki! Ja, das ist die Raute für die Hände! Ja, 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 ja! Unge in der Shisha-Ball! Dafür bin ich auch die Hände! Ach, oh mein Gott! Enki hat am Ende richtig vertankt! Oh mein Gott! Enki hat am Ende richtig vertankt! Enki verteilt eine Hirnbombe an Chef! Das kann doch nicht sein! Das war jetzt drei mal drin! Und wieder! Ja, Digga! Jetzt ich wieder keine Ahnung! Miki snipe jemanden mit einer Bombe! Oh mein Gott! Miki, we lost, Levi! Ja! Bomben auf Zielscheibe! Da war ich halt raus, dann! Ich fühle mich, wie es geht! Hahahaha! Aber gut getroffen dafür! UiTV beim Kugelstoßen! 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 Ich hab eine Bombe, Alter! Ey, ich auch! Ey, es war sehr, sehr geil! Es war sehr, sehr geil! No Jock! Sehr nice! Pops gehen raus an Caruso! Das war seine Idee! Und Pops gehen raus an mich fürs Organisieren! Hä? Das war nicht Caruso's Idee! Okay, okay Leute, machts gut! Tschüss! Mach's gut! Mach's gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017